Endlich wieder ein guter Golf. So könnten es Bösezum zumindest behaupten. Mit der Einführung des neuen VW Golf 8 mussten sich die Wolfsburger nämlich viel Kritik anhören. Mit der Modellpflege, die für das Jahr 2024 geplant ist, könnte der Golf 8 endgültig seine Kinderkrankheiten ablegen. Unser Autobild-Illustrator zeigt, wie das aussehen könnte. Optisch nähert sich der Golf der ID-Familie an. Das Tagfahrlicht wandert in die Ränder des Scheinwerfers, die Leuchten selbst erinnern etwas an den T-Roc. Die Schürze wird überarbeitet. Interessant wird es jetzt im Innenraum. Im Detail könnte an den Materialien gearbeitet werden. So könnte das Hartplastik endlich durch aufgeschäumten Kunststoff ersetzt werden. Auch das Infotainment soll noch einmal nachjustiert werden. Möglich wäre ein größerer Touchscreen und bessere Hard- und Software. An den Antrieben wird sicherlich nicht gerüttelt. Die Motorenpalette ist komplett. Sicherlich werden die Maschinen zum Facelift-Zeitpunkt aber noch moderner, weil effizienter arbeiten. Spannend wird sein, ob VW noch am Diesel festhalten wird. Denn zumindest für Deutschland könnte man sich davon eventuell schon verabschieden.